Als nächstes werde ich die Kamerafahrt machen und zwar genau mit diesem Kamerarig. Das heißt, wir gehen auf unseren Ursprung zurück, auf Frame 0 und ich werde mir jetzt hier eine Position aussuchen, die von der Komposition her einigermaßen gut aussieht und die mir vom Ausschnitt her hier gefällt und ich gehe irgendwie auf so einen Bereich und schaue, dass jetzt Kanada zum Beispiel ganz genau in der Mitte ist und gehe mit dem Ganzen vielleicht noch ein Stückchen zurück, sodass wir etwas dynamischer und schneller heranfliegen können. Das heißt, wenn ich damit zufrieden bin, setze ich hier einfach einen Keyframe, indem ich hier auf dieses Stoppuhr-Symbol drücke und gehe jetzt hier zum Beispiel 10 Frames weiter und dann habe ich von diesen 10 Frames, also weniger als eine halbe Sekunde, diesen Heranflug an das erste Wort Kanada hier zu machen. Dazu bewege ich einfach wieder diese Schieberegler hier und nähre mich einfach dem Wort Kanada hier an, sodass es hier einigermaßen füllend ist vom Ausschnitt her und ich denke, soweit sollte es schon gehen. Wir stören uns jetzt erstmal nicht daran, dass sich hier andere Wörter überlagern bzw. hier hinter Kanada sichtbar sind, denn wir werden später noch eine Unschärfe hinzufügen. Das heißt, wir nehmen jetzt hier diesen Heranflug an das Wort Kanada, an das Land Kanada und können jetzt dann sagen, okay, das Ganze soll jetzt eine Sekunde stehen bleiben. Ich gehe also auf 1,10 und sage hier, nach einer Sekunde soll jetzt hier zum Beispiel eine weitere Kamerafahrt passieren, die ebenfalls 10 Frames dauert. Das heißt, ich möchte mich hier ein wenig nach links bewegen und halte hier die Shift-Taste gedrückt, sodass ich hier größere Sprunge mache. Und gehen wir mal einfach zu dem Wort Ungarn hier, Hungary, und gehen da ebenfalls noch ein bisschen näher ran. Und ich achte mal darauf, dass sich das hier möglichst von der Komposition her gut darstellt. Und hier sehe ich jetzt ein Problem, dass jetzt hier Italien und Ungarn auf der gleichen Z-Position sich befinden. Das heißt, wir können hier einfach Italien auswählen und können es hier ein bisschen weiter vorschieben, vielleicht auch ein bisschen größer machen, sodass es hier einfach ein bisschen Vordergrund passiert. Ja, frei nach dem Motto Vordergrund macht Bild gesund. Sehen wir jetzt hier, dass jetzt der Fokus hier auf das Wort Hungary stattfindet. Wenn uns Franz hier noch ein bisschen ebenfalls zu sehr auf der gleichen Ebene erscheint, können wir auch das ein bisschen vorziehen und so ein bisschen diesen Anschnitt bewegen, sodass es von der Bildgestaltung möglichst ästhetisch aussieht. Wenn uns das gefällt, gehen wir ebenfalls eine Sekunde weiter und sagen, dass das Bild hier bei 2 Sekunden und 20 Frames weitergehen soll. Und zwar wieder 10 Frames, also bei 3 Sekunden und 5 Frames soll die nächste Position, gefunden werden und dazu bewege ich mich jetzt nach rechts und werde jetzt hier auch zum Beispiel mal eine Rotation durchführen und werde sagen, okay, ich möchte jetzt vielleicht das Wort Thailand hier, Thailand, fokussieren und nähe mich auch diesem Wort nochmal ein bisschen an, sodass wir uns hier direkt davor befinden. Aber wir sehen jetzt hier, dass das Wort hier auf dem Kopf steht. Wie können wir das natürlich machen? Wenn wir uns jetzt normale Kamera-Weikzeug vorstellen, normale Animationsmöglichkeiten, dann ist es natürlich immer so ein bisschen tricky gewesen, diese Kamera zu animieren. Dadurch, dass wir aber hier dieses Null-Objekt haben, können wir einfach mit Shift-R uns die Rotationsparameter dazuholen und dementsprechend diese ebenfalls animieren. Das heißt, ich setze hier ein Keyframe bei dem Wort Ungarn. Das heißt, bei Hungary sage ich, die Y- bzw. Z-Drehung soll an dieser Stelle 0 Grad sein. Wenn ich jetzt hier weitergehe, soll das Ganze sich zum Beispiel um minus 90 Grad drehen, sodass es hier exakt ausgerichtet ist und jetzt hier wirklich Thailand im Fokus steht. Ich kann natürlich das jetzt nochmal nach dem Drehen noch ein bisschen anpassen, sodass es hier exakt so ist, wie ich es mir eben vorgestellt habe. Ich lasse vielleicht hier noch ein bisschen das Wort Naples reinkommen und schaue uns das Ganze jetzt nochmal als RAM-Preview an. Wie sieht das Ganze aus? Okay, das Ganze ist noch sehr, sehr hölzern. Warum? Weil das alles lineare Keyframes sind. Wenn wir uns jetzt hier die Keyframes anschauen, sieht man keine ästhetischen Bewegungen, sondern es sind immer lineare Bewegungen. Aber indem wir jetzt einfach alle Keyframes markieren und mit Ctrl auf die Keyframes klicken oder eben mit der rechten Maustaste oder in dem Fall bei meinem Intuos 3 Pen, der untere Button kann ich hier zum Beispiel ein Easy Ease auswählen. Somit werden die ganzen Bewegungskurven weicher dargestellt und die Bewegung sieht jetzt auch dementsprechend weicher aus an dieser Stelle. Bevor ich jetzt hier das Ganze von der Grundanimation abschließe, möchte ich jetzt noch eine weitere Animation hinzufügen und sagen, dass Thailand hier nach wieder einer Sekunde weiter animiert werden soll. Das heißt, ich klicke wieder auf den Keyframe erstellen Button und sage, dass jetzt in diesen nächsten 10 Frames zum Beispiel eine weitere Drehung passieren soll, um jetzt vielleicht auf das Schlusslogo oder auf die Schluss-Tagline zu kommen. In dem Fall möchte ich jetzt aber nicht mal eine Position verändern, sondern eine Rotation. Das heißt, ich werde jetzt hier die X-Drehung verändern. Ich kann das auch gerne hier kontrollieren. Das heißt, wir drehen uns auf der X-Achse oder aber vielleicht wäre es auch spannend, einfach die Y-Achse zu drehen und zu sagen, dass wir jetzt hier die Kamera nochmal kippen. Das heißt, Bewegung ist sehr freiem Raum. Dementsprechend setze ich hier ein Keyframe und sage innerhalb von 10, vielleicht aber auch 15 Frames, dass die letzte Bewegung ein bisschen langsamer ist als die anderen Bewegungen, soll das Ganze sich um 90 Grad kippen. Man sieht jetzt allerdings, dass hier keine Textebene mehr vorhanden ist und wir sehen, dass hier drumherum noch ein paar Textebenen zwar vorhanden sind, aber hier fehlt eigentlich der Text. Das heißt, wir können ganz, ganz einfach uns ein Textobjekt hier nehmen und dieses Textobjekt so hin platzieren, wie wir es eben gerne haben möchten. Das heißt, wir können uns das dann wirklich als Platzhalter vorstellen und dementsprechend einfach können wir uns das Ganze hier navigieren. Allerdings sollten wir das Ganze noch drehen, das heißt, ich wähle hier das Drehen-Werkzeug aus, um dementsprechend das Ganze nochmal hier zu drehen und mit gedrückter Shift-Taste kann man hier das einrasten lassen in 45 Grad Winkeln. Das heißt, bei 90 Grad lasse ich es jetzt so einrasten und drehe das jetzt nochmal um weitere 90 Grad, sodass ich jetzt das Wort India hier sehe und positioniere das so, wie ich es gerne hätte. Doppelklick das Ganze zum Beispiel, um es zu editieren und kann jetzt hier irgendeine Tagline schreiben, zum Beispiel World News. Wir können jetzt natürlich hier sehr flexibel die Typo verändern. Wir können sagen, das Ganze soll Bold sein und an der Stelle vielleicht Ultra Light. Oder Light, damit es nicht ganz so absäuft. Und natürlich soll das von der Farbe her etwas kontrastreicher sein, vielleicht ein dunkles Rot. Die letzten zwei Keyframes sollte ich ebenfalls noch easen, sodass ich hier nochmal draufgehe und sage Ease Ease. Schauen wir uns jetzt nun einmal eine RAM-Vorschau dieser Animation an. Dabei fällt mir jetzt auf, dass dieses neu eingefärbte und veränderte Wort hier sichtbar ist. Das heißt, wir sehen hier die ganze Zeit eben diese Headline World News und es fällt so ein bisschen als roter Strich hier auf und das möchte ich jetzt hier nicht wirklich haben. Aber wie finde ich, dass das Wort World News jetzt hier diese endlos langen Zeitleiste? Wie bereits vorhin auch gezeigt, habe ich hier die Möglichkeit, mit der neuen Zeitleiste von CS4 hier nach diesem Wort zu suchen und ich kann hier einfach eingeben World News und schon springt er mir dahin und kann jetzt dementsprechend hier agieren, sodass ich jetzt sage, dieses World News soll eigentlich erst ab hier überhaupt stattfinden. Das heißt, ich drücke Option Ö, also Alt Ö per Shortcut, um diese Ebene zu kürzen, sodass diese Ebene erst jetzt ins Bild kommt. Also sprich, jetzt hier irgendwann überhaupt erst erscheint, jetzt wo ich es nicht sehe. Somit ist aber sichergestellt, dass hier diese Tagline uns hier nirgendwo stört. Damit das Ganze noch etwas runder und schöner aussieht, vor allem realistischer aussieht, wäre es hier natürlich empfehlenswert, ein Motion Blur auf diese Ebene zu legen. Das heißt, ich markiere einfach alle Ebenen hier mit Apfel A und deselektiere mit gedrückter Command- oder Apfeltaste eben die Ebenen, die ich hier jetzt nicht auswählen möchte, wie zum Beispiel auch den Himmel und füge einfach ein Motion Blur hinzu und aktiviere ebenfalls noch den Motion Blur für die globale Darstellung. Danach sollten wir überprüfen, wie denn die Kompositionseinstellungen für unseren Motion Blur sind. Gehe also in die Kompositionseinstellungen und schaue mir das Ganze unter dem Winkel an, erweitert und kann jetzt hier zum Beispiel mit Samples pro Frame das Ganze auf 32 erhöhen, sodass es hier einen etwas weicheren Motion Blur gibt und schaue mir das Ganze mal als eine RAM-Vorschau an. So, nachdem es jetzt fertig gerendert hat, werde ich jetzt gleich sehen, wie sich unser Ergebnis hier darstellt mit Motion Blur und den jeweiligen weichen Bewegungen.